Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ermittle ich die Fahrtkosten für ein Elektroauto. Damit gemeint sind hier die Reihenkosten für die gefahrene Strecke. Ich werde zunächst eine sehr einfache Berechnung durchführen und diese auf eine Fahrstrecke von 100 Kilometern beziehen. Dazu werde ich die Verbrauchsdaten des Herstellers anwenden und auch den Arbeitspreis pro Kilowattstunde. Anschließend werde ich die Berechnung etwas erweitern auf beliebige Strecken, die Ladeverluste berücksichtigen und auch darauf hinweisen, wie man den tatsächlichen Verbrauch des Fahrzeugs ermitteln kann. Denn die Verbrauchsdaten des Herstellers beziehen sich natürlich nur auf genormte Fahrweisen und wenn man davon abweicht, gibt es natürlich einen tatsächlichen Verbrauch. Für die einfache Berechnung brauche ich zunächst die Herstellerangaben für den sogenannten Stromverbrauch in Kilowattstunden, die der Hersteller angibt. Ich habe hier auf einer Seite von Audi für vier Fahrzeuge diese entsprechenden Werte rausgesucht, die sehen Sie hier. Für den Q4-E-Tron werde ich nun diese Berechnung durchführen und zwar unter Verwendung von 18,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Größe, die hier als Stromverbrauch bezeichnet wird, ist physikalisch gesehen die sogenannte Arbeit, die mit W abgekürzt wird. Die Arbeit W, die sich in diesem Fall auf 100 Kilometer bezieht, beträgt also in diesem Fall 15,8 bis 18,2 Kilowattstunden. Ein typischer Arbeitspreis am 28.08.2021 für eine Kilowattstunde elektrische Energie beträgt 31 Cent pro Kilowattstunde. Um nun die Kosten für 100 Kilometer Fahrstrecke zu berechnen, muss ich nun ganz einfach die Arbeit, die für 100 Kilometer verrichtet wird, mit dem Arbeitspreis multiplizieren. Die Kosten für 100 Kilometer ergeben sich also, wie hier zu sehen ist, aus der Arbeit mal dem Arbeitspreis. Hier durchgeführt, für die oben angegebenen Werte. 18,2 Kilowattstunden mal 31 Cent pro Kilowattstunde macht 5,642 Euro für die 100 Kilometer Fahrstrecke. Die Berechnung für eine beliebige Fahrstrecke unterscheidet sich von der hier gezeigten Berechnung nur geringfügig, denn das Ganze muss einfach nur mit der gefahrenen Strecke S multipliziert und durch 100 geteilt werden, da sich ja die hier angegebene Arbeit auf 100 Kilometer beziehen. Wenn man die Einheiten nun physikalisch vernünftig und genau einsetzt, muss man hier nun 18,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer einsetzen und 31 Cent pro Kilowattstunde, ich habe das ja hier immer schon in Euro umgerechnet, mal der Fahrstrecke. Es kürzen sich dann die Kilometer gegen die Kilometer raus und die Kilowattstunde gegen die Kilowattstunde, sodass als Einheit tatsächlich nur Euro übrig bleibt. Die Formel für eine beliebige Strecke lautet somit Arbeit mal Arbeitspreis mal Strecke. Will man nun die Kosten für die Fahrstrecke etwas genauer berechnen, so müssen ebenfalls Ladeverluste und auch Ungenauigkeiten von Bordcomputeranzeigen berücksichtigt werden. Der ADAC hat dazu eine Untersuchung angestellt, die Sie unter diesem Link finden. Wir sehen hier die entsprechenden Ergebnisse. So ist es zum Beispiel so, dass der Audi e-tron 55 Quattro 14 Prozent mehr Verbrauch hat, als in den Herstellerangaben angegeben. Hierbei sind berücksichtigt Ungenauigkeiten in der Anzeige des Bordcomputers, aber in erster Linie sind es Ladeverluste, die hier zum Tragen kommen. Wenn ich nun diese 14 Prozent Mehrverbrauch berücksichtigen möchte, muss ich natürlich einfach nur den zuvor berechneten Wert mit dem Faktor 1,14 multiplizieren. In unserem Beispiel werden dadurch aus 22,568 Euro gerundete 25,73 Euro, also eine Differenz von etwas mehr als 3 Euro. Um schließlich die Fahrweise oder auch die äußeren Gegebenheiten, zum Beispiel wenn man die Heizung mit einschalten muss, zu berücksichtigen, kann man nun am Bordcomputer den tatsächlichen Verbrauch ablesen, und zwar bezogen auf 100 Kilometer. Die hier angegebene Größe W, die ja der Arbeit entspricht, ist ja in dieser Formel immer auf 100 Kilometer bezogen worden. Sofern man den Korrekturfaktor, der ja hier vom ADAC ermittelt worden ist, berücksichtigt, werden die Ungenauigkeiten, die der Bordcomputer bei seiner Messung nun mal hat, durch diesen Korrekturfaktor schon berücksichtigt. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen nahe bringen, wie Sie mit Hilfe der Herstellerangaben bzw. mit den Angaben aus Ihrer App bzw. des Bordcomputers die Fahrtkosten pro Strecke bzw. die Energiekosten, die dabei anfallen, unter Berücksichtigung der Ladeverluste und der Ungenauigkeiten in der Anzeige ermitteln können. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.